Oh man Leute, ich kann einfach nicht schlafen. Wie viel Uhr haben wir es eigentlich? Oh mein Gott! Schon wieder kurz nach 3 Uhr nachts! Oh mein Gott, warum wach ich schon wieder auf? Oh mein Gott! Oh mein Gott, du schon wieder! Wo kommst du her? Wo kommst du her? Ich muss hier raus! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist denn auf? Oh mein Gott, Leute! Willkommen bei einem neuen Video von WotzeTV! Was war das nun wieder für eine Kreatur? Oh mein Gott! Leute, ihr wollt mich unterstützen 20.000 Abonnenten zu bekommen? Dann klickt jetzt auf Abonnieren, Glocke aktiv und lasst bitte gern 1000 Likes da! Es wird mich tierisch freuen! Oh man, es ist schon wieder 3 Uhr nachts und... Moment! Ich krieg ne Nachricht! Was ist das? Das ist doch die Visitenkarte von Squid Game, oder? Warum bekomm ich die? Ich versteh es nicht! Jetzt krieg ich auch noch nen Anruf! Oh mein Gott, Leute! Das ist der Frontman! Was will der? Hören wir uns das mal an! Hallo Wotztrad! Herzlichen Glückwunsch! Du hast die Visitenkarte bekommen! Was bedeutet das für dich? Das bedeutet, du bist ein armer, armer Schlucker und brauchst dringend Geld! Und ich gebe dir jetzt die einzigartige Gelegenheit Geld zu verdienen! Und was musst du dafür tun? Du musst auf Roblox das Squid Game spielen und alle Spiele darin gewinnen! Wenn du verlierst, wirst du disqualifiziert! Und glaub nicht, dass das nur ein normales Spiel ist! Also gewinn lieber! Wenn du gewinnst, bist du steinreich! Also Wotzt! Ich würd sagen, geh sofort auf Roblox und spiele das Spiel! Und dann sehen wir, ob du ein Gewinner bist oder ein Verlierer! Oh mein Gott, Leute! Woher weiß der Frontman, dass ich ein armer Schlucker bin? Oh Mann! Soll ich mich da wirklich drauf einlassen? Aber wenn er wirklich Geld gewinnen kann! Ein Versuch ist doch vielleicht wert! Und es ist ja Roblox! Ist ja nicht das echte Leben! Und da kann doch gar nichts passieren! Ich würd sagen, ich probier's einfach aus! Und dann seh immer weiter, Leute! Also, dann starte ich mal Squid Game auf Roblox! Es geht los! Oh Mann, da sind aber viele Leute! Das sind die ganzen Betten! Ich lauf hier mal entlang! Da geht's wohl zum Spielfeld! Da laufen wir mit Leuten hinterher! Noch 1 Minute 24, dann geht's los! Oh mein Gott! Oh! Ich freu mich! Ich freu mich! Aber ich hab auch Angst! Ich hab auch Angst! Oh mein Gott! Ich muss dieses Spiel schaffen! Ich bin so aufgeregt, Leute! Gleich geht's los! Oh Mann! Ich kann's kaum erwarten! Aber es sind nur Roblox! Da kann mir ja nichts passieren! Da bin ich sicher! Hoffe ich! Was wohl als erstes kommt! Dann sind das viele hier! Wie viele von denen wir alle durchkommen? Jetzt müsste es gleich losgehen! Oh nein! Das ist doch... Rotes Licht, grünes Licht! Hoffentlich schaffe ich das! Also bei Rot darf ich mich nicht bewegen! Sonst erschießen die mich! Ganz langsam! Ganz langsam! Hohohohoho! Oh! Wo tu einen erschossen? Die kennen nix! Die Leute! Ich muss ganz still bleiben! Oh! Jetzt zittert er richtig, Leute! Oh! Als wär ich echt dabei! Jetzt müsste ich echt um mein Leben fürchten! Aber... Es ist nur ein Spiel! Oh Mann! Jetzt bin ich doch fast am zähl! Schnell! Schnell! Oh Mann! Jetzt bin ich doch fast am zähl! Schnell rüber! Ah! Geschafft! Geschafft! Ja! 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 Bisschen rumhüpfen hier! Ja! Okay! Ja! Das Spiel wäre geschafft! Doch was kommt jetzt? Zum Glück habe ich das erste Spiel geschafft! Das war schon so heftig! Hä? Hä? Da kommt doch tatsächlich ein roter Wächter! Oh mein Gott! Ich darf nicht verlieren! Auf zum nächsten Spiel! Was ist das? Ach! Hier muss ich mir eine Form aus dem Keks rausschneiden! Darf ihn aber nicht zerbrechen! Hoffentlich kriege ich eine einfache Form! Bitte keinen Stern! Ein Kreis! Das soll doch machbar sein! Ah! Wo wurde ich mir angerschossen? Oh! Das schaffe ich! Das schaffe ich! Ja! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Das war doch einfach! Da kann der rote Wächter doch gleich wieder gehen, oder? Braucht kein Mensch! Oh mein Gott! Leute! Es geht weiter! Oh! Ist das spannend! Und ich hab's wieder überlebt! Ah! Dieser Keks, der war schon einfach! Ach! Ha! Jetzt hat der rote Wächter wieder nichts zu tun! Ja! So ein Pech aber auch! Na ja! Mal sehen, wie's weitergeht! Ha ha ha! Jetzt bin ich wieder am Entbecken! Jetzt kann man sich endlich ein bisschen ausruhen! Mit anderen Spielern zu verbünden! Ich lege mich jetzt erstmal hin und träume was Schönes! Oh! Wir müssen schon wieder ein Countdown! So lange kann ich mich aussuchen, oder was? Was? Baseballschläger für Abwehr? Hä? Wozu? Mögen die Stärksten überleben! Oh mein Gott! Das Licht ist aus! Müssen wir jetzt gegeneinander kämpfen mit dem Baseballschläger! Oh mein Gott! Da ist doch jemand! Ah! Die wollen mich erschlagen, oder was? Ich wehre mich Leute! Kommt nur her! Oh! Wo seid ihr? Es ist so dunkel! Na warte! Ihr Feiglinge! Kommt nur her! Hä? Wo? Wo seid ihr alle? Oh! Oh! Dich krieg ich! Oh! Da ist jemand! Da ist jemand! Chill! Oh! Der will mich angreifen! Na warte! Dich krieg ich! Die Zeit läuft bald ab! Oh Mann! Da sind noch welche! Komm! Au! Oh! Mann! Hauptsache überlebt das Ganze hier! Oh mein Gott! Aha! Schnell irgendwo in Deckung gehen! Und die Zeit abwarten! So! Hier kriegt mich keiner! So! Puh! Ich habe es überstanden! Leute! Mich hat keiner mit dem Baseballschläger schlagen ey! Zum Glück habe ich auch Baseball überlebt und gut überstanden! Hehe! Da schaust du roter Wächter! Da schaust du doch wieder nur! So! Das nächste Spiel geht los! Was? Achso! Ich muss der Flut entkommen! Und ich muss wahrscheinlich so schnell rennen wie nur möglich! Ja Leute! Dann mache ich das doch! Aha! Es gibt Abkürzungen und so! Wir wünschen uns viel Glück! Na dann würde ich sagen mal los hier! Schnell losrennen! Was? Nein! Jetzt ist mein Bein runtergefallen! Oh mein Gott! Nein! Nein! Ich bin runtergefallen! Oh mein Gott! Ich sterbe! Aha! Nein! Nein! Ich bin tot! Ich bin tot! Oh nein Leute! Wie konnte mir das nur passieren? Wie konnte ich nur da runterfallen? Im Spiel bin ich gestorben Leute! Aber was bedeutet das jetzt hier für diesen roten Wächter denn? Wer hier da ist? Werde ich jetzt erschossen oder was? Das ist doch nur ein Spiel! Das kann doch nicht in echt passieren! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der hat eine Pistole!